Hallo und herzlich willkommen zum neuen Tipp der Woche. Heute stelle ich Ihnen kurz DeerPrint OK vor. Mit DeerPrint OK können Verzeichnisinhalt und Verzeichnisstruktur ausgedruckt oder gespeichert werden. Vielleicht kennen Sie es noch von DOS, da war es einfach, den Inhalt eines Verzeichnisses oder die Verzeichnisstruktur auszudrucken. So eine hilfreiche Funktion findet man unter Windows leider leider nicht. Obwohl es ab Windows 2000 und Windows XP über 30 Dateidetails zu den einzelnen Dateien gibt. Wie zum Beispiel den MP3 Tag, Name, Größe, Typ, Änderungszeit, Erstellzeit, letzter Zugriff, Attribute, Status, Besitzer, Autor und so weiter und so weiter und so weiter. Und genau diese Daten können Sie mit DeerPrint OK ausdrucken. Den Download-Link zum Programm finden Sie wie immer im Artikel auf www.tippderwoche.ch Jo, das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.